Unendlich, sagen wir mal. Unendlich. So, okay. Wir könnten mal hier zum Sniperfelsen hochgehen. Dann lege ich den Sniper um. Da rennt einer zur Segemühle. Dann gehen wir mal hoch. Ein Felsenrutsch, wo das Zild ist. Da sind so schöne Wege geplastert. Ach so. Da sind so schöne Wege geplastert. Okay. Er hat schon Kontakt. Gleich Doktor Teufel. Gleich hören wir einen Kotzen. Warte mal. Wo war das jetzt? Das war weiter hier hinten. Da müssen wir jetzt ein bisschen springen und ein bisschen klettern. Und dann sind wir oben. Beim Sniper. Dann knallt Sturm an und dann können wir unten ins Austoben. Warte. Oh warte. Oh, ich schieß vorbei. Gut. Beim ersten Mal habe ich vorbeigeschossen, ich Idiot. So, jetzt hier. Vorsichtig. An der Wand. Nein. Nein. Oh. Ich habe es geschafft. Was? Um das? Was war um das? Äh? A? Äh? Ich war... Ich war schon unten, Alter. Ich habe mir die Beine gebrochen. Nö. Nö. Bloß leicht verletzt. Ich habe einen Sturm und noch ein Hinchen zu rutschen. So, wir gehen das hier weiter. Wie kommst du hier runter? Na, du musst den Rückwärtsgang einlegen. Aber wie komme ich jetzt hier drüben hoch? Ah, hier. Ich bin der Zweiterin. Es gäbe helfen. Auf der anderen Seite ist er laut. Mann! Ja, den Bruch hatte ich auch, okay. Den Bruch hatte ich nicht? Oh. Ich hatte mir bloß... Die Beine waren rot. Okay. Lande mal wieder, Alter. Er schwebt hier rum. Das ist nur so krach. Jetzt müssen wir noch überleben. Nein! Nein! Halt! Immer diese Flugstunden hier, Mann. Das macht mir Angst. Braucht einer noch einen Stick? Nee. Ich brauche eine runtergeschossene Geselle. Ich sollte noch einer finden. Ist da gerade jemand gelaufen? Da unten. Seid ihr alle beide unten? Nee, da wurde der Skeffer. Bin hier. Ja, es stehen leere von Skeffer. Hallo. Ey, 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 ey. Was? Was machst denn du? Knallt ihr euch gegen? Na sag das doch! Ich hab doch gerade gesagt. Ich bin dort, wo der Skeff gerade umgefallen ist. Oh, der Laser. Das hab ich nicht gehört. Hast du... Hast du ihn umgelegt? Ja. Der war hier auf Weiber so wie Skeffs rumrennen. Du bist tot! Hier war doch kein Skeffs-Bieb. Oh, Sturm. Was der blöde Hund. Blei, du hast ins Gras gebissen. Ich hab ins Gras gebissen worden. Scheiße. Stefan. Soll ich da was mitbringen? Nee. Das kommt doch einfach. Soll ich da was mitbringen? Eine Flasche Leben. Also der erste Tod ist schon zu beklagen. Willst du sagen, dass ich aussah wie das Geff, Junge? Mach dir Klötzen auf. Ja, ist aber alles wie im Team Sieb. Ja, eben. Er war auch Einer. Ich war auch Einer, ja. Aber ich hab nicht gesagt. Jetzt. Okay, ja. Ja. So nah hättest du ein Pimsi nie gesehen. Dann ist Born. Wo ist dieser blöde Sturm und dieser Trotte. Wo ist dieser blöde Sturm und dieser Trotte? Ich sehe, ob seine Scheiß gab's nicht. Ich hab gestern noch nicht einer erschossen. Da saß im Gebüsch, Alter. Wenn jemand im Gebüsch hocken, sehe ich sie nicht. Das siehst du nicht. Ey, aber dann hab ich Sturm und gesehen. Ich wollt grad schießen. Ich hab ihn durch Scope gesehen. Ey, achso, da kommt der BTR hingefahren. Ich wollt grad sagen, hey, da fährt was. Ey, ich hab Sturm und gerade durch Scope gesehen. Und fall tot um. Aber er hat sich noch nicht mal richtig zu mir getreten. Da war ich schon tot, Alter. Du bist doch tot. Nee, nee. Jetzt noch nicht. Gestern. Ich bin oben auf dem Sniperfelsen. Also wenn du einen TMC oben auf dem Sniperfelsen siehst, das bin ich. Ey, äh. Heute ein Scaf rangemacht, Alter. Kann mir mal einer erzählen, warum die Scafs auf mich geschossen haben? Auf Streets? Ich war hinten. Wo der Rast der Platyki spawnen ist, bin ich gespawnt. Lauf rein, bücke mich an den Toten, der da unten liegt. Durchschritte. Gucke, es sind zwei Scafs. Okay. Denk mir. Gut. Hab mich nicht weiter gekümmert. Blut den. Auf einmal. Beschießen die auf mich, die Vollidioten? Ja, ich versteh's nicht. Das war mir zu viel. Tja. Ey, sieht nur hier mal einen. Jetzt hab ich hier mal die M700 mit und ich sehe keinen von den Trotteln. Nicht einen. Oh, ich hab der Sturmann schon schießen gehört. Ja, man ist da. Vielleicht mal gucken, runter gucken gehen und spotten. Naja, aber lass dich nicht abknallen. Ein Verlust reicht schon. Ja, irgendwie darf ich den Sturmann haben. Nee, ne, dann mach's. Dann mach's nicht. Hast du deine drei PMCs erschossen? Ja, ja. Ey, so viele waren hier da in kürzester Zeit. PMCs spawnen immer da, wo auch Scafs spawnen. Ja, na, hier vorne an dem Felsen, wo du hingelaufen bist. Das sind PMCs, wie die Flöten. Aber ich hab bloß zwei immer gesehen. Na gut, das lag wahrscheinlich daran, dass ich mich dann mit der Granate selbst weggebombt habe. Da war er gestern, ja. Da war er gestern, ja. Ah, die Hütten sehe ich so schlecht. Ich sehe dich. Du buckelst oben auf dem Felsen. Ja, da laufen Scafs rum. Was, da laufen Scafs rum? Ja. Ja, ja. Ich sehe gar keine. Siehst du mich hier oben auf dem Slimefelsen? Ja. Ich hab dir jetzt nen Headshot verpassen. Siehst du mich? Ich stehe da hinten. Du willst mir nen Headshot verpassen? Ich hab dich da hinten hingelegt, mein Freund. Oh, da rennt ein Scaf. Das macht gut. Er liegt. Du darfst wieder aufatmen. Geil. Mann, ich finde den beschissenen Sturm nicht, Junge. Da ist wieder stur. Oh, Mann. Ja, wenn ich runtergehe, dann ist er auf einmal wieder Dicke da. Ja, ist er dabei. Kommst du weiter rechts auf dem Felsen? Nee, wahrscheinlich nicht. Du wirst, wann er hochkommt, ja. Weiter rechts da drüben? Naja, ich kann... Naja, ich kann... In einem Felsen weiter drüben. Du musst aber hinten hochkampfen. Das geht ein bisschen bescheuert. Naja, ich kann es versuchen. Da siehst du, das Camp ist viel besser normalerweise. Okay. Aber da kann es auch passieren, dass der Sturm ins Brot ist. Ich krieg den ja irgendwo rein. Komm ich hier hoch? Naja, komm ich nicht hoch. Dann bei den Holzstapeln näher. Im Auto sehe ich es auch nicht. Das kann nur bei den... Nein! Wo bin ich jetzt gelandet? Der wird nirgendwo stehen. Nein! Nein! Ah, ist bestimmt bei den blöden Hütten. Mann, ich hab doch mal den Weg gekannt. Jetzt komme ich ja nicht mehr zurück. Scheiße! Mann, bleib doch mal hier hoch, du Idiot! Ey, jetzt bin ich hier gefangen in so einem Ding. Ich komme ja nicht mal raus. Was? Ich kann mich nur noch in den Tod stürzen. Hä? Was? Nein! Nicht in den Tod stürzen. Warte ich. Ich komme mal hoch. Du willst mich hochziehen? An den Hahn? Ja. An den Hahn. Was? Ich bin hier in irgend so ein Loch reingesprungen und jetzt war es das für mich. Doch, da kommst du wieder raus. Wenn du da wo der Abgrund ist, ziemlich weit links halten. Was? Und ein bisschen rumchampen, dann kommst du da irgendwie wieder raus. Was? Er macht ja auch immer so Flugstunden, Alter. Ich trau mich ja gar nicht zu springen, weil er fliegt dann immer los. Die einzige Chance, die vielleicht... Ne, das werde ich nicht schaffen. Darüber springen. Ne, das schaffe ich nicht. Jetzt bin ich ja schon wieder reingefallen. Nein! 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 Oh! Alter! Er fliegt ja los, Alter. Das ist nicht mehr normal. Du springst... Er ist runtergefallen? Nee! Oh, fast! Oh, ey! Das war haarscharf. Ich war fast tot. Mann! So eine Scheiße! Ich komm hier nicht mal raus. Jetzt seh ich noch weniger. Alter, nein! Kommt Bravo überhaupt hierher, um mich dann einzusammeln? Ja. Mit der Drohne machen die das. Mit der Drohne? Mit der Drohne? Ja. Scheiße. Er springt doch hoch! Er springt hoch! Oh ja! Oh ja! Ich bin raus! Oh! Oh! Alter! Oh, ich bin oben! Ich hab's geschafft! Ja, und dann kannst du von da ganz da oben, kannst du dann rüber hier auf den anderen Feld sitzen. Mhm. Alter! Auf den hier drüben? Ja. Der große hier. Alter! Kannst du jetzt normalerweise rüberhüben? Warte, ich brauch was da rum. Jetzt bin ich wieder runtergefallen, Alter. Boah! Ich hab keine Lust mehr. Wenn nicht, müssen wir uns ranschleichen. Hier unten sind doch auch die kleinen Sniperfelsen, weißt du? Ja. Wo wir dann von der Seite aufs... Aufs... Ja, ja. Gucken können. Gehen wir da hin, oder? Ja, ja. Ja, eigentlich muss ich ja Stürme nicht erschießen. Ich muss eigentlich nur in die Bude rein. Aber der... Turmsohn... Der lässt mich immer nicht. Der will das nicht, ja. Der rennt dort über sein Revier. Als wird's dein Morgen. Da einbiss er sich vorne raus. Mhm. Überwiegend. Na ja, nicht mal rein. Ich durfte nicht mal drauf gucken, dann war ich schon tot. Es hat sich so angehört, als wenn der ziemlich mittig steht hier irgendwo. Okay. Dann schluss dann her. Bist du jetzt? Ich bin auf den kleinen Sniperfelsen. Und gucke auf... Auf Dings runter. Die Segemühle. Also wenn hier einer im Felsen sitzt, das bin ich. Ja. Ich hör dich rennen. Du bist das doch, oder? Ja, ja. Ich bin hier vorne. Ja, ja. Der hockt hier vorne an den kleinen Dingern. An was? An was? Ja, bei den... Ja. Baracken. Hat er gerade gehofft. Du hast den gesehen? Nee. Ich hab eine Granate runtergesch... Achso. Irgendwas schießt doch nicht. Ja. Was? Das hört sich aber nicht so hämmernd an. Mensch, was... Was soll denn das Gefliege hier immer? Musst du den killen? Musst du den nicht, sagst du. Nee, aber ich muss ja eigentlich in die Bude rein. Das sitzt ja mal davor, der Trottel. Ich schmeiß jetzt mal alle Nades, die ich hab. Genau. Ach, wo hab ich die hingeworfen? Ja, aber vielleicht erfarmungslos zusammenbrechen. Er hat mich ja scheinbar schon gesehen. Ich seh ihn einfach ums Verrecken, nicht den Idioten. Ja. Fährt mir mal die Karre durch die Bude. Ich renne mal hin. Tochter Teufel. Es war schön, mit euch in den Krieg zu ziehen. Ja. In welcher Bude ist das in der Mitte? Ich glaube, in der Mitte oder in der ersten. Ist er das? Ja. Oh, der hat doch links geschrieben. Ja. Ich bin in der Mitte an dem Baracken drin. Ich bin in der Mitte an dem Baracken drin. Nicht draußen. Ich komm jetzt raus aus der Mitte. Ich komm jetzt raus aus der Mitte. Hast du ihn gesehen? Was? Du bist in der letzten Baracken. Ja, in der 1. Du bist in der letzten Baracken. Ja, in der 1. so. Ich hab den Hohn so. Ich hab den letzten gehabt. Boah, 3 Minuten ist fast. Brennst du hier rum? Ich komm raus. Ach so. Mann, wo ist denn die Scheiße, was ich hier abholen soll? Ach, hier. Hier rennt noch was. Oh, ich renne hier oben. Ach, bist du das? Ich dachte doch, ich renne hier oben. Bist du dort? Nein! Ja! Nein! Oh nein! So, passt dir uns. Nein! Ach, scheiße. Ich schaff's aber auch bloß nicht. Ich hab auch nicht mal Geld für den BTR mit, Mann. Toxie Teufel hat's rausgeschafft. Toxie Teufel hat's rausgeschafft. In Sekunden schneller. Waldi mit M856A1. Schieß da hoch. Junge. Ja, wer hat da keinen, Alter? Das ist... Die hab ich Leuten aus Factory abgenommen. Jetzt muss ich... Ich sterb jetzt einfach. Wir müssen die Scheiße nicht noch mal machen. Alter, nein! Alle tot! Und ich werd's auch nicht schaffen. Ich muss jetzt hier direkt durchrennen. Ja. Mann, scheiße. Doktor Teufel tot. Alle tot. Ich hab Doktor Teufel erschossen. Mmh. Ja. Hm. 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 Das macht so ein Kiefer-Projekt-Augkrieg, da stehen wir jetzt in den Nahen vorbauten. Aha. Nein, ich hab mein Zeug nicht mehr geschmissen. Ach man. So, nicht wieder. Komm. Nee, das findet ihr da nicht. Ach so, wenn du nicht tot bist, stimmt. Ach man. Sturm und Tod, aber alle auch. Das ganze Squad ausradiert. Alle auch. Alle auch.